Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir werfen wie immer einen Blick auf Bitcoin und auf Ethereum. Wir haben ein bisschen Konsolidierungsphase, haben aber auch in den kleineren, also in den ganz, ganz kleinen Timeframes, erst einmal so einen kleinen Trendbruch jetzt hingelegt. Darauf werden wir auf jeden Fall einen Blick werfen. Außerdem gibt es zwei neue News, die den Markt jetzt Richtung Wochenende fluten, was am Montag auch wieder für Bewegung sorgen könnte. Darauf blicken wir auf jeden Fall auch noch. Doch bevor wir wie immer starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updatesignale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Link unten wie immer in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Wir gehen direkt zu Bitcoin rein. Momentan knapp unter 27.000 US-Dollar. Ihr seht hier schon, ich habe so eine kleine gelbe Linie reingezogen. Und zwar müssen wir da mal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart reinblicken, was mir dann gestern Abend oder heute Nacht dann nicht mehr so wirklich gut gefallen hat. Und zwar, ihr seht hier, die gelbe Linie sind so bis in die 15-Minuten-Closest. Also bis zum Low, also bis zu dem endgültigen Low hier drüben, wo wir immer wieder gestern gebounced sind. Auch dieser radikale, schnelle Abverkauf bis 26.500 US-Dollar, der dann sofort wieder aufgekauft wurde, hat immer noch in dieser Range, sage ich mal, die wir jetzt am Wochenende gebildet haben, geschlossen. Dann heute Nacht um 23.30 Uhr war das Bild dann nicht mehr so klar. Wir haben auch noch mal ganz kurz in der Telegram-Gruppe geschrieben. Wir sind eben unter diesem Support, den wir am Samstag gebildet haben, wieder drunter gefallen und haben auch ein bisschen drunter geschlossen und konsolidieren jetzt hier ein bisschen. Wenn wir uns jetzt noch den Traders-Reality-Indikator dazunehmen, passt das auch sehr, sehr gut einerseits mit unserem Psi-High und natürlich unserem Psi-Low und wir haben zumindest mal den 15-Minuten-Abtrend in Anführungszeichen erst einmal gebrochen. Natürlich ist das nur der 15-Minuten-Chart, darauf sollte man sich zu viel Wert legen. Trotzdem ist es so ein kleiner Change, den wir jetzt schon mal hier in den Märkten vorfinden. So, dann gehen wir in den 1-Stunden-Time-Frame. Auch hier, wie gesagt, Psi-High, Psi-Low haben wir hier auch zu finden. Wir haben das Daily Open jetzt auch schon als Widerstand, sage ich mal, getestet. Ist aber alles noch nicht so schlimm. Ich kann mir aber weiterhin noch mal vorstellen, dass wir diesen Wig, und das habe ich gestern schon in der Telegram-Gruppe gesagt, weshalb ich jetzt auch gestern kein Long mehr oder sonstiges eröffnet habe, dieser Wig hier unten, war mit sehr, sehr viel Volumen, der bis ungefähr 26.500 US-Dollar ging und ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie die Märkte sich eben orientieren heute im Laufe des Tages, dass wir uns eben diesen noch einmal fischen, möglicherweise oder hoffentlich dann in dieser Psi-Range nochmal drin schließen und dann mit einem Retest nochmal versuchen, hier die 28.800 US-Dollar anzulaufen. Das ist auch weiterhin so ein bisschen das Ziel, was ich mir vorstellen kann. Also 28.800 US-Dollar ist immer noch in Play. Ich schreibe es noch nicht ab, aber wir müssen jetzt ganz, ganz genau aufpassen, dass wir jetzt nicht hier so übertrieben jetzt einfach nochmal Long gehen, nur um jetzt noch diese 28.800 mitzunehmen. Eher dann versuchen, irgendwie noch einen Short-Entry mitzunehmen. Jetzt habe ich ja eben gerade schon gesagt, okay, es sind möglicherweise News wieder im Umlauf oder was heißt möglicherweise, es sind News im Umlauf. Einerseits wieder ein bisschen was mit Banken in den USA. Marc Friedrich hat es gepostet, auch in den USA kommen die Banken nicht zur Ruhe. Die zweite Reihe der mittelgroßen Banken wollen nun auch eine komplette Absicherung der Kundeneinlagen für zwei Jahre. Also ihr seht, nicht nur die großen Banken, auch die mittelgroßen Banken kommen in Schwanken, aber ist natürlich klar, es ist egal welche Bank. Jede Bank arbeitet gleich, leiht sich Geld. Ich kann euch da echt nur empfehlen, gestern den Marktausblick nochmal anzugucken. Ist ein bisschen umfangreicher geworden als die letzten und ein bisschen mehr Real-Talk-haftiger, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber es kam echt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also vielen, vielen Dank auch für das positive Feedback. Schaut euch das gerne nochmal an, ist echt wichtig. Auch so ein paar Sachen, die ich dazu gesagt habe, die das dann auch nochmal mittel- oder sag ich mal widerspiegeln. Und was dann auch noch kam, ein bisschen weiter unten, die Credit Suisse fusioniert jetzt anscheinend mit der UBS Bank 10.000 Stellen in Gefahr. Jetzt werden schon Bankenfusionen und sowas, um die Banken zu retten. Die Frage ist, bringt es das wirklich? Das ist einmal ein bisschen dahingestellt, aber ihr seht schon, da kommt wieder ein bisschen mehr Fahrt jetzt rein in die ganze Sache. Also ein bisschen vorsichtig sein, auch morgen. Ich werde jetzt nicht unbedingt heute im Laufe des Tages nochmal eine Position eröffnen, einfach weil ich immer noch so ein bisschen mir wünsche, dass wir sogar nicht hier noch diesen Wick holen, sondern dass wir nochmal Richtung 25k gehen. Ich habe es gestern schon dazu gesagt, wir blicken mal ganz kurz auf Daily und auf Weekly Close, weil das wird sehr, sehr entscheidend sein. Und wenn wir das so uns angucken, die 25.300 US-Dollar ist natürlich hier ein richtiger, sag ich mal, Bomben oder wäre ein richtiger Bomben-Support. Klar, wir haben hier oben den 800er Daily, glaube ich, wurde auch schon in der Gruppe. Ich habe ihn jetzt nicht drin, deswegen, irgendjemand hat es reingeschrieben, deswegen habe ich es jetzt einfach mal kopiert, so ehrlich bin ich. Hier oben ist der 800er Daily. Dort sind wir jetzt schon ein paar Mal Rejected worden jetzt im Laufe. Das Wochenende ist gut, wir haben Wochenende, sei dahingestellt. Aber viel, viel wichtiger ist diese 25.277 Marke oder 25.000, jetzt mal grob 200 US-Dollar Marke. Kriegen wir hier im Laufe der Nacht oder so hier nochmal einen Bounce? Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so eine Zone ist, die heute, vor allem abends in der kommenden Nacht nochmal sehr, sehr hart umkämpft werden könnte, um dann hier, sag ich mal, Support reinzukriegen. Kriegen wir hier diesen Support rein? Ganz ehrlich, dann sehe ich wirklich 30, 32k, weil das wird dann wirklich entscheidend werden hier oben, dass wir uns diesen Support hier sichern, weil sollten wir jetzt da drunter fallen, dann könnte das alles wirklich hier nur ein Fake-Out gewesen sein die ganze Woche und wir gehen nochmal deutlich, deutlich tiefer Richtung 22.000 bis 23.000 US-Dollar. Abgeschrieben ist es noch nicht, würde ich auch weiterhin nicht abschreiben, aber so ein Wiki-Close, da blicken wir jetzt auch mal ganz kurz drauf, ganz kurz auf dem Wiki-Close, würde der ganzen Sache hier auch nochmal ein bisschen Fahrt geben, weil wir dann einerseits die Wicks, die hier drüber liegen, abholen würden und andererseits natürlich auch die Closes, die auch da liegen in der Nähe. Also ich sage, die 25.200 US-Dollar wäre Bombe, wenn wir das halten und noch viel besser wäre, um das jetzt nochmal klarzustellen, ich habe ja gestern schon gesagt, die 25k, hier unten diese Demandzone bei den 24.000 oder knapp genau 25.000 US-Dollar bis 24.860 US-Dollar auch nochmal abzuholen. Woraus resultiert diese hier? Aus dieser 1-Stunden-Demand, das seht ihr hier ganz unten. Also es wäre Bombe, wenn wir im Laufe des Tages einfach nochmal einen Abverkauf sehen. Hier runter von mir aus bis 24.800 US-Dollar, Long-Position und dann Daily und Wiki-Close da drüber sehen. Das wäre ultra-bullish, meines Erachtens nach und dann können wir auch wieder über 28 bis 30k nachdenken. Heute im Laufe des Tages, ganz ehrlich, würde ich die ganze Sache ein bisschen vorsichtiger angehen. Aufgrund Newslage und sowas ist es Sonntag, es ist sowieso Wochenende. Also vergreift euch jetzt nicht unbedingt, ihr müsst nicht am Wochenende unbedingt traden. Es geht nicht darum, jeden Tag hier einen Trade rauszuschmeißen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, auch mal ein bisschen abzuwarten, ein bisschen die Strukturen wieder ein bisschen zu ordnen. Wir hatten eine extrem bullische Woche oder die letzten zwei Wochen waren extrem bullisch. Wir sind hier knapp 50% gestiegen. Das muss man sich auch mal im Kopf. Das ist so eine Korrektur und das wären hier knapp nochmal 10%. Wenn man das jetzt mal vom High hier oben runterzieht, wären es knapp 10%. Dann muss man dem Chart auch mal ein bisschen Luft geben, wieder ein bisschen zu korrigieren, ein paar Voids zu schließen und dann nächste Woche mit neuem Schwung nach oben hin zu steigen. Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Fahrplan. Ich werde das ganz, ganz genau beobachten, wo wir auch die 15-Minuten-Candle schließen in der Psy-Range oder nicht. Sollten wir, dann kann ich mir überlegen, vielleicht nochmal möglicherweise hier das Top bis 28,8 mitzunehmen im Laufe des Tages, aber ich glaube nicht, dass wir heute noch die 28,8 sehen. Gestern wurde es mir schon wieder ein bisschen vorgehalten, du hast doch gesagt 28,8. Ja, es ist technisch immer noch möglich, dass wir hier überschießen über das 1,4, 1,4er FIP-Level, aber es wird von Stunde zu Stunde irgendwie ein bisschen unwahrscheinlicher. Deswegen immer mal ein bisschen aufpassen. Wenn wir das jetzt heute knacken würden, würde ich mir sogar dann überlegen, hier oben in den Short einzugehen. Weil ich eigentlich davon ausgehe, dass wir nochmal die 25k, also 25,2 nochmal hart umkämpfen, um diesen Support einfach auch zu testen. Also das ist jetzt so mal ein bisschen der Gameplan, so die nächsten Stunden, Volumen geht aus dem Marktwochenende, ein bisschen, ihr habt es gesehen, Banken-News, also echt vorsichtig sein heute und nichts überstürzen. Gut, dann gehen wir noch ganz kurz rüber zu Ethereum. Auch hier haben wir ja mal so einen groben Plan zusammengefasst, den machen wir jetzt mal ganz kurz weg, das verwirrt eben nur. Ja, hier tut sich momentan auch relativ wenig, orientiert sich ein bisschen nach dem Bitcoin-Chart, auch hier ein bisschen so die Rigs nach unten, die zumindest schon mal fast aufgefüllt würden, aber die 1747, das ist so momentan mal ehrlich gesagt das Ziel, dass wir hier nochmal runtergehen. Hier passt es auch sehr, sehr gut mit eben dieser kleinen 1-Stunden-Demand-Zone, die wir hier in diesem Bereich auch noch haben. So, wenn es einzeichnen würde. So, jetzt aber. Also da liegt brachialer Support, zumindest jetzt kurzfristig in den kleineren Timeframes, aber würde ich jetzt auch erstmal nicht den Arsch drauf verwetten, dass wir da hinkommen. Hier haben wir Bearish Divergence, 1-Stunden-4-Stunden-Timeframe, kaum Volumen im Markt, natürlich ist es Wochenende, deswegen blicken wir mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe, was ist da wichtig? Also wir haben auf jeden Fall ein höheres Hoch, wichtig, über auch über, dass wir über diesen WIC geschlossen haben, sehr, sehr gut. Wir haben hier oben diesen WIC in unsere Daily-Demand-Zone bekommen, wenn ihr euch daran erinnern könnt, da haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, hier oben, da liegt noch eine Menge Liquidität. Das wäre dann so ein bisschen das Ziel erst für nächste Woche. Ich warte hier immer noch, wie gesagt, auf den Short-Entry, weil hier drüber einfach noch zu viel liegt. Ich möchte jetzt nicht ganz am Anfang gleich Short gehen, weil hier drüber einfach noch ein bisschen zu viel liegt. Das gefällt mir vom Chart-Technischen nicht und jetzt warten wir erstmal ab, wie der Daily-Close ist. Also momentan Daily-Close gestern, Bombe. So, dann gehen wir mal in den WIC-Close, wo müssen wir da schließen? Mindestens 1.710 US-Dollar. Das wird ganz, ganz wichtig werden. Wir kontrollieren das auch hier nochmal ganz kurz auf einem anderen Timeframe. Da sehen wir auch, okay, die 1.700 US-Dollar wäre schon ganz gut, wenn wir da einfach drüber kommen. Besser wäre sogar die 1.760, wo wir jetzt momentan ein bisschen sind. Also, ihr seht schon, Ethereum deutlich, deutlich schwerer als Bitcoin momentan. Deswegen einfach mal ein bisschen aufpassen. Wir können nochmal ganz kurz auf den Binance-Chart gucken, aber da sollte sich im Endeffekt auch nicht viel ändern. 25.2, das passt. Also, warten wir jetzt erstmal ab, was so jetzt im Laufe des Tages noch ein bisschen passiert. Wie gesagt, Ethereum tue ich mir weiterhin echt schwer. Also, da würde ich momentan einfach noch nicht wirklich in irgendwelche Trades reingehen. Da spricht mich momentan zumindest nichts an, bis auf eben unsere große Zone, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Hier oben diese Daily-Demand, aber dann wahrscheinlich erst so um die 1.880 US-Dollar. Gut, dann würde ich sagen, war es das schon für das heutige Video. News gibt es noch keine, bis auf die, wo ich euch natürlich vorgelesen habe. Ansonsten bei CryptoGuru, der Bot, läuft bei uns in der Gruppe, dass die News aktuell bei uns reinkommen. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Genießt, ja, Wetter für heute nicht so geil, aber genießt einfach den Tag. Nicht zu viel am Chart hocken und wenn irgendwas ist, kriegt ihr in der Telegram-Gruppe Bescheid. Also, kommt da gerne rein. Würde ich mich freuen. Und ja, dann einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann morgen, naja, morgen Nachmittag wahrscheinlich erst wieder. Aber gut, es wird hoffentlich ein bullischer Weekly Close. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quick.